Ich begrüße euch in dem heutigen Zahlengeheimnis. Die heutige Zahl ist 321 oder 321. Was verraten uns die Zahlen? Das heutige Zahlengeheimnis am 5. September 2019. Heute haben wir Einflüsse von außen. Entweder bekommen wir ein Angebot oder einen gut gemeinten Rat. Wir sollen aber in unserem Vorhaben bleiben und unsere Meinung, unseren Plan vertreten. Wir müssen heute nicht diplomatisch sein, sondern mutig das sagen, was wir meinen. Diese Direktheit kann sogar uns ein Vorteil sein. Wenn wir es heute schaffen, anderen Grenzen zu setzen und zeigen, wir knicken nicht ein, bekommen wir Respekt und Anerkennung. Das kann sogar sein, dass wir durch diese vielleicht nicht gewohnte, strenge Haltung besser dastehen. In der Partnerschaft kommt dann mehr Annäherung. Der Wunschpartner kommt entgegen. Wenn wir heute einer von diesen drei Zahlen begegnen, dann ist das eine ganz persönliche Botschaft für uns. Ihr könnt selbstverständlich nach euren individuellen Zahlen fragen. Immer wenn ihr dieses Gefühl habt, jetzt ändert sich etwas. Buchung ist möglich als Blitzberatung. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Wenn ihr dieses Zahlengeheimnis etwas früher erfahren möchtet, dann schaut bitte in meine Facebook-Seite. Da veröffentliche ich das rechtzeitig. Ich bedanke mich für euren Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Eure Dendera